Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Beginnen wollen wir heute mit einem Foto von der Pariser Luftfahrtschau. Beim Publikum besonders beliebt sind die Kampfjets Rafale und Mirage sowie der imposante militärische Transporthubschrauber Caracal. Solche Messen sind eine Demonstration von Macht und technologischer Leistung, denn bekanntlich sind Militärluftfahrt und Rüstungsindustrie ein internationaler Markt. Fast überall auf der Welt stiegen in den vergangenen Jahren die Militärausgaben, unter anderem natürlich aufgrund der islamistischen Bedrohung. Noch nie war die Welt so überbewaffnet wie heute. Heute untersuchen wir den weltweiten Verkauf von Waffen, was letztendlich darauf hinausläuft, sich mit den internationalen Beziehungen zu beschäftigen. Sehen wir uns zunächst an, wie viel weltweit für Verteidigung ausgegeben wird. 2016 waren das knapp 1700 Milliarden Dollar, schätzt das Friedensforschungsinstitut SIPRI mehr als fünfmal so viel wie der deutsche Bundeshaushalt. Der mit Abstand größte Anteil davon fällt auf die USA mit 611 Milliarden Dollar, das sind 36 Prozent. Präsident Trump will noch mehr ausgeben. Dabei geben die USA für ihre Verteidigung bereits dreimal so viel aus wie China und neunmal so viel wie Russland und Saudi-Arabien. Drei Länder, die rasch aufholen. Und elfmal so viel wie Indien und Frankreich. All das sind Ausgaben für Waffen, Gehälter, Renten, Ausrüstung sowie Forschung und Entwicklung. Sie stiegen nach 2001 zunächst stark an, gingen nach der Wirtschaftskrise von 2008 wieder leicht zurück und nehmen seit 2014 wieder zu. Nun zum Export von Rüstungsgütern. Auch er wird von den USA angeführt mit gut 40 Milliarden Dollar. Das machte 2015 allein die Hälfte der weltweiten Rüstungsexporte im Wert von 80 Milliarden Dollar aus. Unter der Regierung Obama exportierten die USA so viele Waffen wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. 265 Milliarden Dollar waren es zwischen 2008 und 2015. Sehr viel mehr als in Russland, Frankreich, China, Deutschland, Großbritannien und Italien, allesamt Industrieländer. Die Abnehmer dieser US-amerikanischen Waffen sind vor allem die wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten. Nun wollen wir uns eingehender mit Frankreich beschäftigen, das 2015 weltweit den zweitgrößten Waffenexport verzeichnete. Es verkaufte unter anderem für 16 Milliarden Euro Fregatten und Kampfjets an Ägypten, Katar und Libanon. 2016 waren es bereits 20 Milliarden aufgrund von Rüstungslieferungen an Kuwait, Indien und Australien. Dieser Erfolg beruht auf bedeutenden diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten, wo es zwar an Stabilität mangelt, 2015 aber 200 Milliarden Dollar für Rüstung ausgegeben wurden. Und den Auslandseinsätzen der Armee, bei denen diese die Effizienz ihres Materials unter Beweis stellt. So beteiligte sich Frankreich seit 1978 an Operationen im Libanon, in Kuwait, in Libyen, im Irak und in Syrien. 2009 richtete es einen Stützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Und es zeigte sich hart bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, die größte Bedrohung für die sunnitischen Monarchien und Ägypten. Dazu kommen Einsätze in Mali, der Zentralafrikanischen Republik und den Ländern der Sahelzone. Die starke Zunahme der französischen Waffenlieferungen in die Länder des Nahen Ostens veranschaulichen, wie Frankreich seit 2011 vom amerikanischen Schwenk nach Asien profitiert. Sowohl konservative als auch linke Regierungen unterstützen die Rüstungsindustrie. Und sechs französische Unternehmen, Thales, Safran, Dassault, Naval Group, CERA und Nexter, gehören zu den 100 größten Rüstungskonzernen der Welt. Allerdings weist diese Nahostpolitik auch eine Schwachstelle auf, denn die Bestellungen sind abhängig vom Ölpreis und instabilen Regierungen. So steht der Libanon unter dem Druck der pro-iranischen Hisbollah. In Bahrain kommt es seit 2011 zu Unruhen, im Jemen herrscht seit 2014 Krieg und auf Katar üben dessen Nachbarstaaten seit Mai 2016 Druck aus. Das Ganze wollen wir uns nun aus der Sicht der Käufer ansehen. Zwischen 2008 und 2015 gab Saudi-Arabien mit Abstand am meisten 93,5 Milliarden Dollar für den Import von Rüstungsgütern aus. Danach kamen Indien mit 34 Milliarden Dollar, Ägypten, der Irak während des Bürgerkriegs sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Südkorea, Algerien, Brasilien und Israel. Wenn wir nun die weltweiten Konflikte einzeichnen, wird deutlich, dass in den Ländern, die Waffen importieren, nicht unbedingt auch Krieg herrschen muss. Denn sich im Krieg zu befinden, reicht nicht aus, um viel Geld für Waffen auszugeben. Dazu muss man sich zusätzlich bedroht fühlen, wie Saudi-Arabien von seinen Nachbarn Iran, Jemen und Katar oder Südkorea von seinem nördlichen Nachbarn. Außerdem braucht man natürlich die nötigen Mittel, um teure Waffen kaufen zu können. Kampfflugzeuge und Hubschrauber, Kriegsschiffe und Raketensysteme. Um diese zu erwerben, sind Länder wie Ägypten und Israel auf Finanzhilfen angewiesen. In diesem Fall durch die USA. Werfen wir nun einen Blick auf Indien, das innerhalb weniger Jahre zum zweitgrößten Importeur von Waffen geworden ist. Während des Kalten Krieges gehörte das sozialliberal regierte Land zu den blockfreien Staaten und war in militärischer Hinsicht von der UdSSR abhängig. Und es führte damals mehrere Kriege gegen seine Nachbarstaaten China und Pakistan. Auch heute noch ist die Grenze zu China nicht offiziell festgelegt. Und im Verhältnis zu Pakistan gibt es nach wie vor erhebliche Spannungen, vor allem wegen Kaschmir. Der nationalistische Präsident Modi möchte vor allem den Regionalmachtstatus seines Landes ausbauen, das seit 1998 über Atomwaffen verfügt. Und es verfügt über fünf Marinestützpunkte, einen Stützpunkt in Tajikistan, sowie Abhörstationen auf Mauritius, den Seychellen und Madagaskar. 70 Prozent seiner Waffen stammen weiterhin aus Russland. Aber Indien kauft auch Rüstungsmaterial in den USA und in Frankreich ein. 2015 36 Kampfjets vom Typ Rafal. Und um die eigene Produktion zu fördern, verlangt es einen umfangreichen Technologietransfer. Mit seiner langfristigen Act-East-Politik möchte es Militärabkommen mit möglichst vielen Nachbarstaaten abschließen, die sich ebenfalls Sorgen machen, wegen der zunehmenden Macht Chinas, aber nicht vollständig abhängig sein wollen von der Schutzmacht USA. Ein Rüstungswettlauf kann sich ergeben aus dem Willen zur Macht oder zur Abschreckung, aus einem instabilen Umfeld oder aus Aufholbedarf. Aber zum Verständnis der Ausgaben sollten wir uns zwei Kategorien von Waffen im Besonderen anschauen. Atomwaffen, die sehr teuer sind, aber abschreckend wirken und im Prinzip dazu bestimmt sind, niemals eingesetzt zu werden. Und Kleinwaffen, die sehr billig und sehr schwer zu kontrollieren sind. Zunächst also zu den Atomwaffen. Im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen von 1967 sind fünf Atommächte aufgeführt. Die USA, die zuerst Atombomben bauten, Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Trotz des Atomwaffensperrvertrags sind drei weitere hinzugekommen, Israel, Indien und Pakistan. Auch Nordkorea hat fünf Atomtests durchgeführt, aber seine genauen atomaren Kapazitäten sind unbekannt. Angesichts immer wirksamerer Abwehrsysteme wollen die fünf offiziellen Atommächte ihre Arsenale bis 2060, 2080 umfassend modernisieren. Dem Center for Non-Proliferation Studies zufolge werden die USA mit 4.571 Atomsprengköpfen dafür bis 2040 zwischen 800 und 1.000 Milliarden Dollar ausgeben. Auch Russland mit 4.300 Sprengköpfen muss sein aus der Sowjetzeit stammendes Atomwaffenarsenal modernisieren. In Frankreich mit 300 Sprengköpfen werden sich die Mittel für Atomwaffen zwischen 2016 und 2025 auf 7 Milliarden Euro pro Jahr verdoppeln. Die Raketen sollen schneller und schwerer erfassbar und die vier Atom-U-Boote erneuert werden. Das gleiche gilt für Großbritannien mit 165 und China mit 250 Sprengköpfen. China will einen U-Bull-Stützpunkt auf Hainan bauen, was die Spannungen im südchinesischen Meer verschärft. Ende 2016 stimmte die UN-Generalversammlung über ein allgemeines Verbot von Atomwaffen ab. 35 Staaten stimmten dagegen, darunter Frankreich, die USA, Russland, Großbritannien und Israel. Hingegen stimmten die meisten Länder, die ihre Atomwaffenprogramme eingestellt hatten, dafür. Brasilien, Kasachstan, Südafrika und der Iran. Dafür stimmte auch Nordkorea, was erstaunlich anmuten mag. Schließlich wollen wir uns noch mit den sogenannten kleinen und leichten Waffen beschäftigen. 2013 exportierten 16 Länder Kleinwaffen im Wert von jeweils über 100 Millionen Dollar, bei einem Gesamtwert von 4,8 Milliarden Dollar. In absoluten Zahlen gesehen ist das wenig, aber das Handelsvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Vor allem aber sind die 875 Millionen Kleinwaffen, die sich im Umlauf befinden, für 90 Prozent der Kriegsopfer verantwortlich, darunter vor allem Frauen und Kinder. Drei Viertel dieser Waffen sind im Besitz von Zivilisten, der Rest im Besitz von Soldaten und Ordnungskräften. 34 Prozent befinden sich in den USA, auch dort weltweit der größte Exporteur, vor Italien und Deutschland. Importiert werden Kleinwaffen von diesen Ländern. Allerdings sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen, denn zum illegalen Handel in armen und sich im Krieg befindenden Ländern gibt es keine Angaben. Bekanntlich leben wir in einer multipolaren Welt, in der sich in Ermangelung einer alleinigen Weltmacht jedes Land zu schützen versucht. Das führt zu dem Boom in der Rüstungsindustrie und dabei haben wir uns noch nicht einmal mit dem Waffenschmuggel beschäftigt. Denn abgesehen vom Legalen gibt es inzwischen einen bedeutenden illegalen Handel mit Waffen aus Ländern mit Arsenalen, die in die Hände von Zivilisten oder Verbrecherorganisationen gefallen sind, insbesondere nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Balkankonflikt. Aus diesen Waffenvorräten bedienen sich Verbrecherorganisationen und Terrorgruppen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut, SIPRI, veröffentlicht regelmässig Jahrbücher, von denen es auch eine Zusammenfassung in deutscher Sprache gibt. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns im Internet unter arte.tv. Bis bald.